Und das zweite ist... Also in Düren sollte man sich wirklich Gedanken machen, denn in Leos Haltestelle ging in der Tat der Besuch rapide nach unten, als das Lichtrauchergesetz damals kam. Und das Dada ist zu. Absolute Kultkneipe in Düren ist zu seit Donnerstag. Das Lichtraucherschutzgesetz hat dem den Rest gegeben. Ja, und so geht das weiter. Sollte man ruhig mal für Düren hier mal festhalten. Kneipen hier gehen kaputt. Und zwar konkret. Es gibt schon welche.